Hallo Nation, Emre hat alle mit dieser Aussage überrascht, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Emre Ken hat zugegeben, dass ihm Borussia Dortmunds Scheitern beim Gewinn des Bundesliga-Titels in dieser Saison wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Nach einem dramatischen letzten Spieltag im vergangenen Monat verlor der BVB aufgrund der Tordifferenz den Bundesliga-Titel an Bayern München und Emre Ken gab zu, dass ihm der Gedanke daran immer noch ein mulmiges Gefühl bereitet. Der Mittelfeldspieler ist der Meinung, dass dieses Ergebnis sehr schwer zu verarbeiten ist, aber sie müssen weitermachen, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, und ich weiß immer noch nicht, wie ich es erklären soll. Und es ist immer noch schwierig, darüber zu reden. Die ganze Stadt, die Fans und wir, wir waren alle bereit. Diesen Titel gewinnen. Jeder wollte es. Sehr. Aber es hat nicht geklappt und leider gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß nicht einmal, ob man wirklich klagen kann. Es war das Spiel, in dem wir den Bundesliga-Titel hätten gewinnen können. Die Tatsache, dass wir das nicht geschafft haben, wird mir wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben. Wann immer ich darüber nachdenke, ich habe das Gefühl, zu sinken. Dennoch sind wir Profis und müssen weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Trotz des schmerzhaften Saisonendes für Borussia Dortmund hatte Emre kennmarschgeblichen Anteil an der hervorragenden Formentwicklung in der Rückrunde. Und er verriet, dass ihm nach einer enttäuschenden Hinrunde ein Umdenken geholfen habe, ich war mit der gesamten ersten Saisonhälfte nicht zufrieden und wollte die Seite von mir zeigen, die ich seit Jahren gezeigt habe. Der entscheidende Faktor war die veränderte Einstellung. Ich sagte mir, Emre, steig auf. Gas, mach dein Ding, bring deine Stärken aufs Feld und lass dich von nichts anderem beeinflussen. In den letzten Tagen gab es einige Gespräche über die langfristige Zukunft von Emre Ken. Berichten zufolge könnte Borussia Dortmund versuchen, von ihm zu profitieren, da sein aktueller Vertrag nur noch zwölf Monate läuft. Der vielseitige Mittelfeldspieler sagte, es gebe noch keine Gespräche mit. Dem Verein über eine Vertragsverlängerung, er fühle sich aber in Dortmund sehr wohl. Emre Ken wechselte im Januar 2020 von Juventus Turin zu Borussia Dortmund und absolvierte insgesamt 121 Einsätze für den Verein. Derzeit ist er im Länderspieleinsatz bei Deutschland, das diesen Monat drei Freundschaftsspiele bestreiten wird. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.